Hallo meine Lieben, Rosabelle sitzen bei Punsch und Keks und freuen sich auf die Adventszeit. Und natürlich spielen auch Rosabelle Engerl-Bengerl. Ah ja, ich bin schon so gespannt, wer mich hat. Rosi, ja? Es sind nur zwei, ja? Na ja, wer glaubst, wer das hat? Ich will mich überraschen lassen. Okay, und überhaupt. Bitte, bitte Rosi, was machst du da? Ja, na, so kalt ist es jetzt auch nicht da. Na gut, was meinst du? Ja, ja, ein Warm-up. Was? Ja, ein Warm-up. Für was brauchen wir jetzt ein Warm-up? Na ja, für unsere Advent-Tipps auf Facebook. Denn du weißt ja, Christmas is coming. Sodass mannestens Creative. Sodass mann spends�� clam. Sch sommet das fl υgeant. Und dann ist das geht auch nochavaş. Na ja, wir waren Mama Pech. Aber jetzt mit deinem Projekt. Wenn dann mehr, deine Angebote influence. Und dann nötig dies nicht mehr.